hallo freunde und willkommen in diesem video will ich euch zeigen wie wir den internet explorer modus in den neuen edgecrobium browser einfach aktivieren können falls forderlich der hintergrund hier ist dass es immer noch web anwendungen oder bestimmte webseiten gibt ältere webseiten natürlich für denen eine bestimmte html rendering engine erforderlich ist damit diese richtig oder überhaupt funktionieren kurz gesagt so eine art kompatibilität modus das muss allerdings erst aktiviert werden und das machen wir nun indem wir unser browser starten und auf der flex seite gehen mit h doppelpunkt slash slash flex hier eingeben und enter genau hier suchen wir einfach nach integration integration genau also integration und das ist bisher er nebel internet explorer integration ja den default wert hier ändern wir jetzt nun auf ee mode internet explorer modus jetzt müssen wir den browser einmal neu starten beziehungsweise wir müssen das einmal komplett schließen vielleicht und hier müssen wir noch eine kleine änderung vornehmen und zwar bei gedruckter shift taste mit der rechten maustaste auf unsere edge verknüpfung hier drauf klicken dann auf eigenschaften und hier haben wir unsere fahrt hier bei mir ist es hier so aus jetzt hier tragen wir nun jetzt ein mit ein lehrzeichen hier ganz wichtig minus minus ie minus mode minus test genau einfach auf übernehmen und ok klicken und nun können wir jetzt unserem browser starten wir sehen hier schon eine warnung hier das ignorieren wir jetzt einfach mal ich mache ein bisschen größer hier und nun haben wir ich gehe mal auf irgendeine seite hier youtube meinetwegen und wenn wir jetzt hier auf unserem menü klicken unter weitere tools haben wir hier die option hier aktiviert freigeschaltet sozusagen seit im internet explorer öffnen einfach drauf klicken und ja schon ist diese seite jetzt hier in den internet explorer also die seite denkt jetzt dass das der dass wir mit dem internet explorer quasi unterwegs sind wir sehen hier haben wir auch das internet explorer logo ja hier ist auch die warnung dass unsere browser nicht mehr unterstützt wird ja die unterstützung geändert bald aber ich denke ist schon geändert geändert eigentlich ok genau ja das war es im prinzip auch schon alles was ich euch zeigen wollte ja wie wir dieses kompatibilität modus hier freischalten aktivieren können ich hoffe ich konnte euch damit weiterhelfen wenn ihr fragen oder anregungen habt einfach ein kommentar hinterlassen über ein like freue ich mich natürlich auch wenn es euch gefallen hat abonnieren nicht vergessen danke fürs zuschauen und bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal